Nach tödlichem Messerangriff Ausschreitungen in Southport Southport, eine Küstenstadt im Vereinigten Königreich, erlebte in der vergangenen Woche eine Welle von Gewalt und Unruhen, die durch einen tragischen Messerangriff ausgelöst wurde. Ein 21-jähriger Mann wurde in der Nacht zum Sonntag, den 28. Juli, tödlich verletzt, nachdem er in einem Park von mehreren Angreifern attackiert wurde. Dieser Vorfall hat nicht nur den Ort erschüttert, sondern auch Besorgnis über die anhaltende Gewalt in der Region geweckt. Augenzeugen berichteten, dass die Attacke inmitten einer Gruppe von Freunden stattgefunden hatte, die den Abend im Freien verbringen wollten. Nach der Tat wurde das Opfer umgehend ins Krankenhaus eingeliefert, wo es jedoch wenig später für tot erklärt wurde. Die Polizei hat in diesem Zusammenhang mehrere Personen festgenommen, die im Verdacht stehen, in den Vorfall verwickelt zu sein. Trotz ihrer Bemühungen um Aufklärung der Tat bleibt der Hintergrund des Angriffs unklar. In den folgenden Tagen kam es zu massiven Ausschreitungen in der Stadt. Hunderte von Bewohnern versammelten sich in den Straßen, um gegen die Gewalt zu protestieren und um Gerechtigkeit für das Opfer zu fordern. In verschiedenen Teilen Southports wurden Sackschäden verzeichnet, darunter beschädigte Geschäfte und zerstörte öffentliche Eigentum. Berichten zufolge äußerten einige Demonstranten ihre Wut über die wahrgenommene Zunahme von Gewaltverbrechen in der Stadt sowie über die unzureichenden Maßnahmen der Behörden zu dessen Bekämpfung. Die Verantwortlichen reagierten auf die Situation, indem sie die Bevölkerung aufriefen, sich friedlich zu verhalten und nicht in Gewalt zu verfallen. Die Stadtverwaltung kündigte an, dass sie alle notwendigen Maßnahmen ergreifen werde, um die Sicherheit der Bürger zu gewährleisten und dem anhaltenden Problem von Jugendgewalt entgegenzuwirken. Ein Sprecher betonte, dass der Respekt für das Leben und die Sicherheit von allen oberste Priorität haben müsse und dass man alles daran setzen wolle, um eine weitere Eskalation der Gewalt zu verhindern. Auch die Gemeinschaft hat sich solidarisch gezeigt. Viele Bürger kamen zusammen, um eine Mahnwache für das Opfer abzuhalten und um für Frieden und Gerechtigkeit zu beten. In den sozialen Medien kursieren zudem zahlreiche Beileidsbekundungen und Aufrufe zur Hilfe für die Hinterbliebenen. Die Menschen in Southport hoffen, dass die Tragödie nicht nur zur Gerechtigkeit für das Opfer führt, sondern auch zu einer tiefergehenden Diskussion über Gewalt und deren Prävention in ihrer Gemeinde. Die Polizei hat angekündigt, ihre Ermittlungstätigkeiten fortzusetzen und bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Gleichzeitig wird den Anwohnern geraten, wachsam zu sein und jegliche verdächtige Aktivität zu melden. Der Messerangriff und die darauffolgenden Ausschreitungen stellen eine ernste Herausforderung für die Gemeinschaft dar, die sich nun dem Ziel verschrieben hat, den Frieden und die Sicherheit in Southport wiederherzustellen. Die Ereignisse in Southport sind ein ernstes Warnsignal für andere Gemeinden und unterstreichen die Notwendigkeit, präventiv gegen Gewalt und Kriminalität vorzugehen. Die kommenden Wochen werden zeigen, ob die Stadt in der Lage ist, aus dieser Tragödie zu lernen und auf eine konstruktive Weise zu reagieren. Autor Anita Farke, Mittwoch, 31. Juli 2024.